ARD Text im Auftrag von Funk WTF? Ja gut, aber ich hab den Knopf ziemlich genau gedrückt, als Tokio an mir vorbeigelaufen ist, also das war schon legit. Der schon ist klar. Ja klar, das war legit, auch wenn es nicht seine war, aber... Hallo, ich muss das spielen. Ach, scheiße. Bullshit! Ich glaube, das ist echt ne 4er Jump da, der eine. Interessanter, dass ich ihn eben vom ersten Mal geschafft habe, und zurück interessanterweise auch. Hallo! Ach, scheiße. Oh, ich glaube, ich hab meinen Spawn noch nicht gesetzt. Hup! Doch! Oh, scheiße, du bist gestorben. Wir warten über unser Flughafen zu gehen. Boah, das Blur, 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 das Blur. So, erstmal Spawn setzen. Seit wann gibt's eigentlich solche, 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 Dinge? Welche Dinge? Und hier, solche Todesmanen, steht ja in der Reise, dass man einfach nur so stirbt. So, wer fängt denn an? Chris anscheinend. Okay. Ja, du bist von... Du... Das war vielleicht ein bisschen viel, was du tun. Ja. Hat jemand schon getrückt? Ja, ich war gerade. Deswegen. Also, ich hab's gerade versucht, aber ich hab's nicht geschafft. Ja, scheiße. Ja, scheiße, ich weiß nicht. Ja, scheiße, ich weiß nicht, so. Ach, haste. Ja, scheiße. Ja, scheiße, Spawn-Boppish. Spawn-Safe, ne? Oh, ja. Oh, ja. Oh, alter, was soll das denn? Könnt ihr mal bitte eure Käpplerei da unter euch lassen, ne? Ich versuche das jetzt zu schleifen. Tocki geht halt auch auf dich, ne? Ist das alles scheißegal. Wenn ein kleiner Mongo ist. Boah, Tocki. Ich hab kein Leimanschwert, das ist unfair. Oh, ich hab keinen Item-Vorteil mehr, jetzt ist das auf einmal ganz unfair. Das kann ich doch mal, wenn das mir gegeben wird. So was machen? Einen anderen Kommentar, das ist natürlich bitter jetzt. Meine Fresse. Nop. Oh! Nein! Oh mein Gott, der letzte Tag. Das ist bitter. Hast du eigentlich schon einmal probiert, Kass? Ja, ja. Hast du, wie er mich halt direkt am Anfang runtergeschlagen hat? Oh mein Gott. Naich-Krei kriegst du Naich-Krei. Naich-Krei? Ja, da war ein bisschen Leid. Oh fuck, Alter, ich hab was scheiße. Ach, scheiße. Meine Fresse. Hast du gedrückt? Ich? Nö. Ich dachte, du hättest gedrückt. Du hättest gedrückt. Du hättest gedrückt. Du hättest gedrückt, du hättest gedrückt. Ich hab die Fresse. Ich glaub' du musst da schon ein paar Sachen überspringen damit das... Ich muss dir scheiße nicht kurz warten. Ich hab' mich nicht ganz sicher. Ich glaub', du musst da schon ein paar Sachen überspringen damit das... Ah, F***** die Metare da jetzt... Das heißt nicht, das ist mir... Ja und die vorletzte Lücke und das mit dem time finde ich irgendwie gay. Ach Gott! Ich finde nicht, dass ich grad'n bisschen schlecht bin, das kommt dann plötzlich dazu. Ja, das ist aber, wenn du dich so, wenn du das Gefühl hast, du musst dich so mega beeinflussen. Das gibt ein ganz kleines bisschen Hektik. Was ist Tuki eigentlich gerade? Ich bin schon tot. Cool. Time more. Okay, aber eh schon tot. Ist auch tot. Nein, okay, fast noch nicht tot. Der Gast hat im Herzen! Null ey! Tuki ist bei mir unsichtbar. Jetzt nicht mehr, jetzt bin ich sichtbar. Jetzt bin ich wieder tot. Und zwar habe ich doch Chris Schwert der Entspannung einfach. Wie passend ist der Name denn? Tuki. Ja, das wäre entspannend, wenn ich das hätte und damit Tuki töten könnte. Ja, dafür hast du Überraschung. Tuki, würdest du das jetzt vielleicht mal lassen? Gottverdammt, das... Ich bin dran! Am Arsch bist du dran! Sie sind einfach mal wieder hart vorgedrängelt. Ah! Du hörst dran, Lukas. Da dein Luft. Die... Am Arsch. Das ist doch... Jetzt mal ganz ohne Spaß. Wie soll man denn jemals das Timing da hinten für diese Blöcke rausfinden, wenn man da nur eine Chance für hat? Boah... Boah... Behindert. Hm? Wieder irgendwie irgendwie... Ah, Tuki ist schon wieder tot. Mhm. Tot und forever tot. Gut. Oh. Muss da echt direkt drauf, ne? Ja. Alter, das Problem ist halt echt... Alter, wie traurig das ist, wenn ich direkt immer am Anfang daneben laufe. Problem ist halt echt dieser... dieser komische Ding, sie da hinten. Ah, shit. Der hat ja auch die Scheiße, die das so entfernt. Ah! Ja, das hat eigentlich kein tolles Timing. Super selten, dass das überhaupt rauskommt. Das Problem an der ganzen Geschichte. Ja, vor allem kommt das auch einmal raus, wo du dann wartest. dann ist die tür schon zu und dann kommt es noch mal raus es ist halt echt so ist das vielleicht eine viererlücke da hinten die man irgendwie direkt überjumpen kann zweifelig ich auch die hoffnung stirbt zuletzt habe ich mal gehört aber sie stirbt ist keine viererlücke ach das ist doch so eine gottverdammte rotze mit diesem dummen scheißblock da nein da kommt noch ein signal war es von mir es ist ja nicht meins ich bin trotzdem nicht ach so leute ja ok du wachst bei mir so ein bisschen in der wand rum deswegen aber das hätte ich jetzt nicht erwartet viel zu schnell durch ich muss auch ohne spaß ich bremse da nicht mehr ab war ich gehe da jetzt einfach ich bringe einfach und wenn ich glück habe ich glück und wenn ich dann halt nicht richtig und jetzt kommt da noch ein signal das zweite ist ja wie gesagt ich überspringe halt immer schon diese lücke her welche ich sollte weil ich weiß ich sage es gerade eben noch und dann weiß nicht das ist so eine scheiße ich hasse diese blöcke die raus fahren da hat er hat keinen bock auszufahren das gefühl du musst einfach super lucky sein das nächste ist lustiger das nächste ist lustiger ja also vom gefühl das ist bullshit der wird immer kurz raus bevor ich da bin das ist echt zu tun da muss ich dir wirklich warten aber warten ist glaube ich das allerletzte was du hier machen kannst vernünftig ach das ist doch scheiße jetzt mal ganz ohne spaß ich würde auch empfehlen die erste lücke zu ich würde behaupten da spart man sich ganz schön zeit ein ja stimmt schon boah dankeschön meine phrase so jetzt gucken wir mal hier durch wir gucken chris zu hier gerade harder verbrennen jetzt ach katz ach guck mal hier mit mit ähm leitern und scheuner so jetzt das hat er oh ne oh ne ok wenn wir hinten ist glaube ich sogar ein deckenjump echt mhm naja da ist überhaupt nicht so wie man sich festhält ja aber ich sehe auch die tür gar nicht um ehrlich zu sagen die ist dahinter ach neilal die ist dahinter das ist so ein nippel wo wie hält man sich immer fest mit shift das das hm ich weiß nicht welches muss das auch aus welches hast du bei mir ist also es ist also bei mir ist es auf jeden fall shift damit ich bin zurück 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 so dass du mich da nicht mehr raus schlagen kannst ich bin zurück ich bin zurück ich bin zurück richtig funktioniert muss ich das jetzt schaffen hm ohja ist ja immer nice das war ja jetzt ich glaube ich den spawn gesetzt oder ja aber wird nicht automatisch gespawnt oh schade das war dumm ich bin zurück ich bin zurück ich bin zurück du hast ja so eine scheiß schade du hast ja so eine scheiß schade äh ja next nein oh mein god so nah dran ja ich bin tot pfff das war ein schöner versucht ok was ist doch so ein hässlicher langer jump sein ok aber da wir ja ausnahmsweise sogar wirklich mal drauf achten wer sein wer welches signal hat ja und nicht da durchgehen müssen wir zumindest nicht immer hm aber ich hoffe das war nicht tokis was ich gerade hm man meins kam direkt nachdem du weg gesprungen bist ja scheiße also das ist ich habe das gefühl das ist super knapp und dass ich am liebsten irgendwo Zeit einsparen würde ich frage es noch mal ja spring die die alter ich komme hinter mir ich muss mich weit abspringen nein oh shit der letzte sprung ne ja das wärs gewesen alter schwing die schalten du ruhiger hast what the heck ich rieche die falsche Tasse ist mir aber gerade auch passiert auch gerade auch fuck nein nein oh mein gott alter ach guck mal das ist schon wieder beim letzten sprung vor allem habe ich auch immer Zeit wenn ich da bin das ist interessant ich nehme ich nicht finde ich riesig alle durchrennen auf der heck ohja aber gut ne ich meine wenn es halt funktionieren endlich easy die fand ich nicht schwer easy easy boah der erste wenn der erste sprung klappt dann ist das bestimmt voll easy springt springt zwischen den Zäunen immer schon in die richtung in die ihr laufen wollt ach scheiße ja das kann ich knicken kann ich mich gleich selber ach hallo Tokio